Musik ist mein Leben, ein Satz, den man wirklich schon oft von Musikern und Künstlern gehört hat. Doch Dieter Czerny lebt dieses Motto wirklich. An 365 Tagen schreibt er 365 Songs. Ein Jahresprojekt, das viel Zeit und Kreativität kostet. Tag für Tag ein neues Lied und das alles nur zum Spaß. Nein, ganz einfach aus Liebe zur Musik. Hallo Austria News. Das ist Tag Nummer 214 und der Song von heute heißt Sitten in the Dark. Ein Song in Englisch und ja, viel Spaß damit. Von der Idee zum fixfertigen Song braucht dieser Mann nicht länger als 24 Stunden. Und so schnell muss es für ihn auch gehen, will er doch über ein Jahr hinweg täglich einen neuen Hit produzieren. Dieter Czerny ist Musiker aus Leidenschaft, doch nicht nur diese ist Schuld an der Entstehung dieses Projekts. Also ein bisschen verrückt muss man sein, weil spätestens dauern noch so circa 100 Songs, merkt man dann, dass die ganze Geschichte nicht so einfach ist. 365 Songs an 365 Tagen. Diese gelangen vom Kopf aufs Band und dann direkt als neuster Hit auf YouTube. Jeder Tag ein neuer Text, eine neue Melodie. Da hat die Muse ganz schön viel zu küssen. Teilweise sind es einfach Eingebungen, man setzt sie hin und dann fällt was ein. Also jeder Künstler kennt das, glaube ich, wurscht wo er das macht. Mittlerweile ist Dieter Czerny mit seiner Idee schon Kult. Auch auf der Straße ist man vom Talent des Ausnahmemusikers begeistert. Gut, ja, ich finde es gut, mir taugt es. Ich finde es super, dass der sich so einsetzt für seine eigene Musik und da wirklich jeden Tag was Neues macht. Ja, ist Wahnsinn. Hut ab, hätte ich gesagt. Wer selbst zu wenig Talent hat, um Songs zu schreiben, kann bei Dieter Czerny einen in Auftrag geben. Das Tolle, die Lieferung der Ware dauert sicher nicht länger als 24 Stunden. Ja, ich finde es gut. Ja, ich finde es modhaformationen, wenn es natürlich schonинов ist. Ich finde es schön, wie gutеру. Ich finde es sehr離間 gut zusammen.